Man kann glaub ich auch in die Ego hier. Das ist echt... nicht schlecht. Guck mal, da ist Sven, oder? Das sind irgendwelche Zintake. Ab heute gebackenes Sushi gegessen. Da werde ich gerade ein bisschen neidisch. Du hast zwei Plattenspiele. Das gehört jetzt uns. Straßenschläger. Um einen Wandsprung auszuführen, sprinte auf eine Wand zu, indem du X drückst. Deinen Wandsprung heraus kannst du mit Vierecke einen Wandschlag ausführen. Ja, nice! Uh! Äh, was? Das Spiel macht gerade alles automatisch. Was soll das? Neuer Skill. Ich will nur mal gegen die Wand springen. Gib mir deine Seele! Wow. Wow. Jäkü-chan! Hallo Sven! Ist doch der Böse. Ich sag doch, der ist böse. Das gefällt mir, äh, was? Das gefällt dir die so umzuboxen. Ja, das ist toll! Ja. Wie sind eigentlich alle Spiele auf Platin? Nicht alle. Ja. 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 Da ist ja der Böse. Ich bin auch verwundet. Detektive sind das? Okay. Das sieht da jetzt richtig aus wie so ein Jacuzza-Bass. Okay. I'll be right back. You're right. I'm going to get some money. You're already on the show. I'm still going to get up. I'll be right back. What's this? I got money from a recent detective. I'll be right back. I'll be right back. Ja. Du hast es mit dem Barsch. Du hast es mit dem Barsch. Für mich ist es wichtig. Hm. Kaihto ist gut? Ja. Du hast es einen Punkt. Du hast mich geholfen. Du bist immer hier in dieser Stadt. Du bist auch dein Lieblings-Geräusch. Du bist auch dein Lieblings-Geräusch. Captain Hamura, abfällig wie immer. Okay. Hast du eigentlich mal Darkseiders gespielt? Ja, habe ich, nur den neuesten Teil leider noch nicht. Die Frau, die die Miete wollte, ist die Böse. Die Straßen sind gefüllt mit Gaunern, gnadenlosen Schlägern und allerlei anderen Schurken, die gern handgreiflich werden. Das freut mich. Du kannst diese Schergen ignorieren und von ihnen weglaufen oder die SP und den einen oder anderen Gegenstand verdienen. Ja, natürlich, indem du ihnen eine Abtreibung verpasst. Ich wollte gerade Abtreibung lesen. Wenn der Kampf aber zu lange dauert, taucht die Polizei auf. Verschwinde dann lieber, wenn du nicht verhaftet werden willst. Mein Köpfchen ist jetzt kalt, hoffe für euch, dass ich keine doofen Sachen schreibe. Wertsachen sind wichtige Gegenstände, die du brauchst, um im Spiel voranzukommen oder um bestimmte Einrichtungen nutzen zu können. Du findest deine Wertsachen im Inventar. Navigiere dafür... Nicht genug SP. Ich muss ein Skill erlernen, um Musik mir anzuhören. Okay. Warum nicht? Warum nicht? Ich weiß immer, welcher Schlüssel zu einer Tür gehört, die du bereits geöffnet hast. Okay. Ruhige Hände. Wenn ich schon SP habe, dann nutze ich das mal, ne? Spielzeit, verdientes Geld. Okay, das sind irgendwelche Statistiken. Shops. Achtung, meine Fresse. Mhm. Guter Esser. Ist zähl mit einem Restaurant. Ah, okay. Verdiene insgesamt eine Million Yen. Gehe oder laufe 21 Kilometer. Alles klar. Opo. Ja. Warum nicht? Gegenstände. Heilgegenstände, Materialien, Wertsachen. Oh, das sieht so lecker aus. Tarnungen. Ich muss mich auch verkleiden. Wie Spaß beim Einkaufen bei diesen vielen Shows findest du bestimmt etwas. Ich würde in jedem Shop was finden. Glaub mir. Ich bin so ein richtiger... Japan-Freak. Ich finde alles hier toll. Also, wenn man was kaufen kann. Weiß auch nicht. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh, lecker. Oh, lecker. Und wildes Essen. Oh, das wird ja... Lecker, lecker. Da bekommen sie... Ja. Das sieht so gut aus. Die haben sich richtig viel Mühe gegeben mit den Sachen. Ja. Hallo, Bouncy. Oh, ich bin hier... Ah, ich bin jetzt hier oben. Kann ich auch aufs Klo gehen oder so? Das ist ja cool. Ich hab Killer-Lieb, deswegen hiemen wir uns doch auch. Ja, das stimmt. Erstmal überall essen gehen. Ja. Hallo. Erstmal das Geld sinnlos ausgeben. Giodon. Ein groß, extra groß. Ein Fleischteller. Krautsalat. Miso-Suppe. Ah, ich darf das nicht. Okay. Das sieht alles so... Tschüss. Verdammt. Ich fühle mich richtig alt unter den ganzen jungen Kollegen im Büro. Das kenne ich. Erstmal guter Esser freischalten. Jaja. Doch nur ein MacBurl in 30 Sekunden ist er weg. Ich hab zu viele Gäste. Ich glaub, ich muss kotzen. Ja, das wollten wir alle wissen. Boah, überall essen. Ich hab keine Ahnung, wie wir sind. Einfach gucken. Das Schöne ist, man kann sich hier einfach alles anschauen. Das ist mein Untergang. Hallo. Purell, Japan. So alt bist du doch sicher noch nicht. Ach, ich mach nur Spaß. Okay, was ist denn das? Man's Entertainment. Alles klar. Was ist denn hier los? Okay. Ich sollte den Ring meiner Ex-Schlampe in Eviso verkaufen. Ponytail. Ponytail. Na? Ich kann ja aber nichts machen, ne? Oh, wie cool. Kann ich mit dir reden? Vielleicht kann ich das später irgendwann machen. Secret Garden Club. Ja. Läuft hier. Das Schlimme ist, ich werd mich richtig verlaufen. Ich hab in einerseits halt Probleme beim Wasserlassen. Das ist normal, oder? Äh, mhm. Sicher. Okay. Ist mal ein Schnitzel. Wo gibt's denn hier Schnitzel? Wo ist denn ein Schnitzel? Hier ist der. Oh mein Gott. Shadow, was hättest du denn gerne? Ah, das ist ja furchtbar. Ich krieg voll Hunger. Oder Kekse. Shadow, was hättest du denn gerne? Alles. Nee, eine Sache. Suppe. Shadow kriegt Suppe, okay. Willst du ein Rib-Ice-Steak? Boah, wir kommen hoch... Ja, das ist furchtbar. Das ist richtig schlimm. Das Tolleste ist immer das Beste. Oh, das sieht alles sehr lecker aus. Ich nehm das hier. Du kannst nicht... Ah, ich bin bei voller Gesundheit, deswegen kann ich nicht. Scheiße! Verdammt, ich wollt's echt kaufen. Gott sei Dank, ey. Da kriegt man echt... Ich hab vor kurzem erst gegessen, aber... Das wird gerade wieder zunichte gemacht. Das ist doch Absicht, dass man hier schön essen kann. Die Restaurants, die verkaufen in der Rhein als Spezialitäten, die sind am teuersten. Hallo, Mosi. Alles klar bei dir? Ich hab Hunger. Es tut mir echt leid. Ich krieg auch gerade wieder Hunger. Lecker Leber. Ich mag auch Leber. Gibt bestimmt jetzt welche, die sagen... Bah, du Unmensch! Also, ich mag Leber. Ich weiß, Shadow mag keine Leber. Jetzt kommt's. Pass auf. Das bin ich. Wenn man mir was Leckeres anbieten möchte, ist doch die Zeit bei mir. Ich sei... Du Unmensch! Bah, Leber! Was ist denn? Ich habe mich schon seit diesem Job gearbeitet. Wo sind Sie von Shintani? Ich habe mich nicht gesehen. Ich habe es gut gemacht. Ich habe keine Ahnung. Nein? Wir sind alle egal, oder? Ich glaube, dass du sowas sind. Ich glaube, dass du sowas sind. Ich bin ein Freund, dass du wunderschön. Ich bin ein Freund. Ich hab ja voll Lust auf Sushi. Ich auch. Ich auch. Das bin eindeutig ich, ohne Scheiß. Ich würde auch sofort alles wegessen. Die ist so wie ich. Oder ich wie sie. Guck mal nicht hin. Also bei Süßigkeiten jetzt und so. Ich hab schon mal Hühnerherzen gegessen, die schmecken auch gut. Und Känguru hab ich auch schon mal gegessen. Hallo Felix. Nee, den Höllenhund, den können wir erst im Mitte Juli abholen, weil er noch zu klein ist. Aber wir haben ihn schon reserviert. Was mag ich? Nee, was du nicht magst, Chedo, Leber. Du magst auch keine Leber, glaub ich. Das war bei dir, ne? Kommt drauf an welche Leber. Ich hab immer was total Ekelhaftes und Sees gegessen, was Leber genannt wurde. Also ich kenn Leber nur weich und lecker. Jetzt ne schöne gebratene Leber. Oh ja. Oh ja. So eiskalt. Nein. Besten Menschen, Leber. Ich hab Discord nicht an jetzt. Ja, später kann ich gucken. Ich hoffe, der Ventilator hilft dir. Bei mir hilft nichts. Aber ich bin ein bisschen einfach. Ja, ich bin natürlich. Ja, ich bin jetzt. Oh ja. Ja, ich bin jetzt. Ja, ich bin nicht ready. Ja. Ich bin jetzt. Ich bin wieder. Ich bin jungen fertig. Ja. Ich bin froh, Herr. Ich bin froh, Herr. Ich bin froh, dass ich mich daran fühle, wenn ich mich so will. Ich bin froh, dass ich mich auf mich verletzeugehe. Ich bin froh, dass ich mich so will. Ich bin froh, Herr. Ich bin froh, Herr. Die Belegung des Verkündeten der Verkündeten wird in die Verkündeten, Also ich habe es auch nur auf der PS4 gesehen, das Gäben. Ich glaube nicht, dass es auf dem PC jetzt rauskommt. Sehr gut, Mosi. Sehr gut. Ist es schon so weit? Es hilft nichts. Was du die letzten Tage habt, dich vermisst? Es war zu warm einfach. Und das Wochenende war ich kaum zu Hause. Ja. Weißt du, wie viel das Game kostet? Ich hatte 60 bezahlt, glaube ich. Also es ist ja PS4, da ist es immer ein bisschen teurer. Ich glaube, 60 habe ich bezahlt. Also ich hatte es vorbestellt. Das ist ein paar Wochen her. Deswegen weiß ich es gerade nicht so genau. Bei Amazon ist es nur für die PS4. Ja, dann wird es auch, glaube ich, nur für die PS4 geben. Weil ich habe es auch nur auf der PS4 gesehen. Ich hatte Real Life am Wochenende, ja. Einmal. Bei Amazon 55. Richtig geht für ein neues Game, ja. Bouncy, danke schön für dein Follow. Herzlich willkommen. Beweise für den Mord? Das ist ein Telefon. Ja. Ja. Ja, weiß ich nicht. Real Life, was ist das? Das ist wahr. Bar Tender. Untertitelung des ZDF, 2020